Hi, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. So verdienst du im Network von Anfang an richtig ordentlich Geld. Wenn dich das interessiert, dann bleib mit dabei. Ja, es gibt gewisse Dinge, die dem Ganzen im Weg stehen, wenn du noch kein gutes Geld verdienst, warum das ist. Punkt Nummer 1, vielleicht erwischst du dich dabei oder kürst du auch dazu, dass du lieber über das Produkt sponserst. Das heißt, du kommst immer mal das hier, sagst, Mensch, hier habe ich ein Produkt. Ja, nimm das. Das ist jetzt auch von der Network-Firma, ist ja wurscht. Dann nimm das Produkt und teste das mal und dann, wenn es dir gefällt, sprechen wir nochmal. Damit schiebst du die Verantwortung ab. Ja, das heißt, du drückst dich davor, die Person selber für dich und dein Geschäft zu gewinnen. Und der Punkt ist, wenn du über das Produkt sponserst, ziehst du Kunden an. Und bei uns im Schwaberländle sagt man, es gibt da einen Unterschied zwischen Arbeit und Geschäft. Ja, Arbeit ist, dass du eine Beschäftigung hast und Geschäft, da hast du was verdient. Und du willst da was verdienen und nicht nur eine Beschäftigung haben. Deswegen, fokussier dich drauf, dass du zukünftig nicht mehr über das Produkt sponserst, sondern auf die Geschäftsmöglichkeit. Dann ziehst du auch Leute an, die dieses Geschäft wollen. Weil, weißt du, wenn du die Leute reinholst über das Produkt und dann sind sie am Anfang, sind sie Feuer und Flamme, sagst du, ah, die Produkte, die sind ja so toll. Und du weißt selber, wie es ist, am Anfang, da ist man ganz Feuer und Flamme und irgendwann kommt so, weißt du, eine Nüchternheit. So, weißt du, dass du so, ja, das ist normal. Und dann ist man nicht mehr so on fire. Und dann jemanden fürs Geschäft zu gewinnen. So schwer brauchen wir es uns nicht machen. Deswegen, dreh doch den Spieß um. Gleich aufs Geschäft ansprechen. Oder die Leute übers Geschäft reinholen. Und Kunden werden sie doch eh. Wenn jemand dieses Geschäft macht, wird er eh Kunde. Also, gibt es doch gar keinen Grund, das nicht gleich so zu machen. Der zweite Punkt ist, wenn man Menschen ins Geschäft holt, dann werden gerne niedrige Einstiegspakete verkauft. Vielleicht ein Abo auch mit 100 Euro, 150 Euro. Oder Einstiegspakete mit 100, 200 Euro. Und das ist doch ein Witz. Mit so einem Einstiegspaket, wenn du 150, 200, 300 Euro verkaufst, da verdienst du doch kein Geld. Du schmeißt doch deine Zeit damit aus dem Fenster. Du investierst einen Haufen Zeit und kriegst gar nichts dafür. Sondern mach zukünftig folgendes. Verkauf hohe Einstiegspakete. Dass du zumindest mal ein Tausender hast. 1.500 oder 2.000 Euro. Und egal, auch aus welchem finanziellen Background du jetzt kommst. 1.000 oder 2.000 Euro. Das ist nicht viel. Das ist ein Nasenwasser für ein Geschäft. Weißt du, wenn du dir überlegst, wenn du dir ein eigenes Business aufbaust, sagen wir mal nicht im Network, machst du einen Laden auf oder sonst irgendwas. Kannst du es mit einem Tausender machen. Mit zwei auch nicht. Du kannst es mit drei machen. Mit vier. Mit fünf. Immer noch nicht so richtig. Exakt. Und die 1.000 oder 2.000 Euro, das ist so ein Witz. Aber wenn du Einstiegspakete verkaufst, die ein bisschen höher sind, zumindest mit einem Tausender oder so, dann verdienst du von Anfang an schon mal ein bisschen Geld. Und du musst es auch so sehen, weißt du, das hast du auch verdient. Weil du gehst rein in das Sponsorgespräch. Du investierst deine kostbare Zeit. Und warum solltest du dich ein paar Euro daran verdienen? Das heißt, wenn die Person einsteigt, dass du zumindest mal ein paar Euro verdient hast. Das ist schon mal der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn du hohe Einstiegspakete verkaufst. oder Starterpakete verkaufst. Dann ziehst du auch nur solche Leute an, die es wirklich ernst meinen. Und nicht die, ah, komm, da gebe ich gerade mal 2 Euro aus. Also jetzt, das wird jetzt nicht kosten. 2 Euro aus für eine Creme. Ja, und Hauptsache dann die Person da, oder du lässt mich dann in der Ruhe und fahr dich aus. So, Leute, ziehst du ja nicht an. Sondern wenn jemand Mann 1.000 in die Hand nimmt, oder 2 beispielsweise, dann meint das schon ernst, dass er in diesem Geschäft was tun möchte. Und so Leute willst du doch auch haben. Das heißt, ein hohes Einstiegspaket dient gleichzeitig für dich als Filter, um die Leute rauszufinden, die auch zu dir und deinem Team passen. Der dritte Punkt ist, warum du hohe Einstiegspakete verkaufen solltest, ist, wenn du niedrige, wenn du niedrige Einstiegspakete verkaufst, am Anfang beim Sponsoren, verdienst du damit dein Geld? Oder verdienst du kein Geld damit? Oder nicht nennenswert. Sagen wir es so. Und dann gibst du diese Strategie weiter an dein Team. Und deinem Team geht es genauso. Die verdienen dann auch kein Geld. Und ja, irgendwann magst du vielleicht in eine gewisse Position kommen, wo dir das nicht mehr wehtut. Aber als Leader musst du doch auch daran denken, dass es deiner Mannschaft gut geht, dass deinem Team gut geht, dass die auch Geld verdienen. Und wenn du diese Philosophie weitergibst, weiterschulst an deinem Team nach unten, dass sie auch hohe Einstiegspakete verkaufen, verdient jeder ordentlich Geld. und du dadurch noch mehr. Das heißt, ja, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht großartig über den Effekt sprechen, warum du jetzt hier ein hohes Einstiegspaket zukünftig verkaufen solltest. Und jetzt kommt aber nochmal ein Einwand oder ein Punkt, den ich, ja, den ich oft höre, auch bei uns in der Akademie, von neuen Teilnehmern. Ja, was ist, wenn ich jetzt einen Sponsor, und der kriegt raus, dass ich den jetzt auch anstatt für 2.000 Euro, ja, hätte den auch für 100 Euro sponsern können. So. Dann gebe ich dir jetzt einmal was an die Hand, wie du das zukünftig behandeltest oder auseinandernimmst. Dann sagst du ihm, pass auf, das stimmt. Man könnte auch theoretisch mit 100 Euro starten. Ich habe dich aber mit 2.000 Euro starten lassen. Was glaubst du, warum habe ich das gemacht? Ja, dass du was verdienst. Eben. Genau. Dass ich was dran verdiene. Und was glaubst du, ist mir bei dir wichtig, dass, wenn du hier startest und wir gemeinsam durchstarten, dass ich auch was verdiene. Exakt. Und glaubst du, ich werde dir dann beibringen, kleine Starterpaketchen anzubieten oder solche Pakete, wo du auch ordentlich was dran verdienst, wenn du deine Zeit verdienst? Ja, das Zweite. Eben. Das heißt, kannst du mir dann noch böse sein, dass ich bei dir auch genau das umgesetzt habe, was ich dir schule und was wir zukünftig auch weiter umsetzen werden, dass das ganze Geschäft hier erfolgreich wachsen kann? Oh ne. Und wenn du das so umsetzt und so argumentierst oder so rüberbringst, dann ist das auch locker easy, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Und du handelst auch aus der Fülle heraus, nicht aus dem Mangel, ich muss so kleine Sachen verkaufen. Nein. Und wenn du das so umsetzt, dann macht dieses Geschäft auch richtig Spaß. Dann verdienst du auch gut Geld und das sollst du auch tun. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, darfst du ein Däumchen nach oben geben. Ansonsten, wenn du im Network bist und nicht nach vorne kommst, dann trag dich gerne zu einem kostenlosen Strategiegespräch bei uns ein. Schauen wir, wo du stehst, wie wir dir helfen können. Und genau. Den Link dazu findest du entweder über oder unter dem Video. Je nachdem, wo du das Video gerade siehst. Ich bin mir sicher, du findest das Video. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.